Ferrari Felix, du nennst 2 Euro und schreibt, ich will eine aus der Uni richtig smashen. Sie ist verdammt hot blonde Haare, ca. 1,65 groß und hat nice boobs. Wie kläre ich sie am besten? Bro, kein Problem, ich erkläre es dir. Guck mal, du gehst jetzt her und du guckst wann die nächste Party ist, von irgendeiner Studentenparty oder so was oder irgendein Club, wo die auch hingeht, okay? Dann verabredest du dich mit deinen Homies, dies, das. Und dann gehst du einfach feiern, dann wenn die auch feiern geht, okay? Dann, wenn du sie siehst im Club, machst du es einfach easy. Du guckst eben wieder rüber und baust Augenkontakt auf. Es ist immer die gleiche Leier. Du guckst, du baust mit der Augenkontakt auf, immer wieder und bleibst du kurz an der Traune. Und wenn du merkst, die guckt auch, dann ist Killer. Dann machst du das 2-3 Mal und probierst immer so ein bisschen länger den Augenkontakt zu halten. Wenn ihr jetzt die Tour seid, okay, mach ich so. Und ich hab gesehen, perfekt, die hat hergeguckt. Ich mach wieder irgendwas anderes. Dann, guckst du noch mal hin, ein bisschen länger, guckst wieder weg, die es darfst. Dann hast du gemerkt, perfekt, zweites Mal hat sie wieder geguckt. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen, okay? Das dritte Mal, guckst du wieder rüber. Und wenn sie dann wieder guckt, dann kannst du zu dir hingehen. Moin! Und das Wichtige ist, es spielt keine Rolle, ob du irgendwie einen krassen Spruch bringst oder so. Nachdem sie das dritte Mal hergeguckt hat und du hingegangen bist, gehst du zu dir hin und sagst, Was guckst du so dumm, du Missgeburt, Alter? Du fuckst mich schon den gesamten Abend ab, Mann! Verpiss dich jetzt mal! Und dann solltest du es eigentlich haben. Also, so habe ich es bisher eigentlich immer geschafft. Und, ähm, ja, bis dahin war der Blickkontakt dann im Prinzip auch asynchron. Aber ganz kurz, jetzt mal for real. Ich hab, ähm, Dinger, wenn du zu ihr hingehst und du hast gemerkt, die hat genug Augenkontakt aufgebaut und vielleicht auch ein kleines Lächeln ist gefallen, geh einfach hin und sag, hey, was geht ab und so. Und, äh, wir kennen uns doch aus der Uni, so, ah, in welchem Kurs bist du? Ah, okay, killer, geil, Mann, ja, und letzte Stunde, bla, bla, dich das. Und, hey, hast du Bock, was zu trinken? Komm, ich hol uns was. Alles klar, bla, bla, dich das. Hast du Bock zu bumsen? Warum denn nicht? Hast du Bock zu bumsen? Aber, 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 aber warum denn nicht? Ich mein, ich meine, masturbierst du? Und dann solltest du es eigentlich auch haben. Es ist eigentlich ganz einfach. Ähm, nee, einfach hingehen. Einfach hingehen, mit der ein bisschen Laber und Smalltalk führen. Gar nicht auf, äh, auf angespannt oder so. Bisschen was mit der trinken. Und dann sagst du einfach entweder, wenn du, wenn du merkst, die ist willig, kannst du sagen, hast du Bock noch, dass wir noch ein bisschen, äh, bei mir chillen, die Stars, äh, eine Serie angucken oder so. Spaß, würde ich nicht machen. Also, außer du merkst, es ist die Überslutt. Also, ich hatte auch schon Mädels im Club, da hab ich halt so gemerkt, okay, ganz, ganz krasses Slutt. Ganz, ganz heftig unterwegs. Da bin ich dann halt einfach hingegangen und hab halt gesehen, alles klar. Ja, die glotzt mich die ganze Zeit an, so, dass es schon so fast so, aufdringlich war, ne. Und die war halt auch so angezogen, so übelst heftiger Ausschnitt. Zu ne Blondine halt, ne. So, ah, okay, alles klar, so eine ist es also. Ähm, give me the ratten, datten, 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 datten. Ähm, und dann bin ich halt hingegangen und hab dazu gesagt, ey, was geht ab? Und, äh, wie heißt du? Also, es ist jetzt kein Joke, das ist wirklich passiert. Ich bin zu der hingegangen, ich konnte selber nicht glauben. Ich bin hingegangen, hab gesagt, wie heißt du? Ich hab ihren Namen erfahren. Dann hab ich gesagt, woher kommst du? Hab ich ihre Gegend erfahren, woher sie kommt? Dann hab ich gesagt, hast du Bock, was zu trinken? Wir sind an die Bar gegangen, haben einen Drink genommen. Und dann hab ich zu ihr gesagt, hast du noch Bock, mit zu mir zu kommen? Und sie hat, ja, gesagt. Ich bin mit, mit der zu mir. Und dann hab ich halt mit der zusammen ein Buch gelesen. Und, äh, das war wirklich, ich hätte niemals gedacht, dass das wirklich so easy sein kann, mit einer Frau ein Buch zu lesen, wie in diesem, äh, in dieser Nacht, liga. Also wirklich, das war ganz, ganz, ganz krass. Wenn es so eine ist, dann kannst du easy hingehen und sagen, ähm, ich hab zu Hause noch mega das gute Toastbrot im Schrank. Ich hätte es gerade mega Bock zu toasten, du auch? Perfekt, dann lass uns doch gemeinsam das Toastbrot bei mir zu Hause toasten. Ja? 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 Toastest du? Ob ich, ob ich toaste? Ja, klar toaste ich. Wie oft? Naja, keine Ahnung, vielleicht so zwei, dreimal im Monat? Zwei, dreimal im Monat? So oft machen es bei uns so die Anfänger. Ich persönlich toaste zwei Toasts am Tag. Und schon habt ihr es. Versteht ihr, was ich mein, Mann? Creepy AF. Warum denn? Creepst du? Ob ich. Okay, jetzt reicht's. Also, es ist wirklich nicht schwierig. Und wenn du merkst, es ist halt eine etwas anständigere, mit der du jetzt nicht unbedingt direkt bumsen musst, sondern auf ernst, dann sagst du einfach, hey, hättest du mal Bock was essen zu gehen oder so? Oder hättest du mal Bock was trinken zu gehen? Ganz einfach, auf easy. Und dann laberst du ein bisschen mit der, die Stars, hey, woher, cash, blablabla, blablabla. Zwei Stunden später und dann hast du sie hoffentlich. Oder? Genau. Ich denke, dass die Nummer komplett dahinten losgeht. Gute Kollege von mir. Oh, nein. Das war's komplett. Oh, jetzt wird's. Oh, nein. Okay. Okay. Warum? Warum? Es gibt Leute, es gibt Leute, die gehen her, ok? Und donaten Donaten 2 Euro 2 Euro, ok? Es gibt Leute, die gehen her und donaten 5 Euro Ja, es fuckt ab Ja, es kotzt an Es gibt Leute, die donaten von mir aus nochmal 50 Euro Da bin ich raus Da kriege ich einen Anfall Und jetzt gibt es Leute Wie Jannik Wilkesmann Und der Typ Donatet einfach 200 Euro Schickt mir die Nachricht Einfach anschauen und genießen Mit einem YouTube Link Und was mich da jetzt erwartet Ich weiß es nicht Ich kriege Ja Ich finde die erste Ich schaczne Und Ich schade Und Ich 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 200 euro by the way für den link also ich muss sagen das ist warte mal das alfa an alfa romeo bruder feierst du den alfa romeo so hart ab ich muss sagen 510 ps was als ob der wagen 510 ps hat digger finally italy is back okay ist schon geil kann man nicht sagen bro aber ich bin dann eher bei so einem kollegen am start ne digga jetzt mal for real alter 200 euro ist wirklich zu viel digga also das ist echt schon ganz ganz krass ich weiß auch nicht wo der kann ja auch aus dem nichts ne du ich weiß gar nicht hat er schon mal was was donated wartet mal ganz kurz ich muss das kurz abchecken er hat noch nie was donated er kommt aus dem nichts digga jannik in scope streamt ich habe mir doch gerade ein chilliges video von irgend so einem alfa reingezogen wie der ton geil war von dem auto 200 euro schadet einfach raus digga jannik ich sage an der stelle danke aber ich finde es echt krass digga also schon ein gewagter schritt auf jeden fall digga ein sehr gewagter schritt dass die donation zurückgezogen wird ist ja mal 100 prozent safe oder okay ich würde sagen leute zum entspannten zum entspannten schluss des streams machen wir jetzt noch entspannt 1 2 und oh jetzt muss ich mal ganz kurz gucken welche elektro tüten denn bei mir hier gerade auf den links sind jungs seid ihr da ja 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 nein moment noch kurz okay wir können habt ihr gesehen dass dann einfach 1 200 euro donatet hat ja digga was wäre was was geht bei ihm ab der ist ja der ist ja fast so durch wie du genau er hat noch mal 200 euro er geht es dann ist so eine verarsche oder irgendjemand hat geschrieben der hat bei monte irgendwie 2000 euro den gestern oder so 2000 euro als ob jetzt digga was geht bei dir für film bro ferrari v8 einfach zwei zylinder abgeschnitten 3,88 sekunden von 0 auf 100 schau dir bei 1 40 an er hat gar keinen link geschickt oder meinte er das jetzt von seinem video ach so er meint den start du hast aber falsche timestamp geschickt bro die fehlzündung war richtig sexy digga die fehlzündung war komplett sexy da kann man nichts gegen sagen aber digga was geht bei dir für einen film wieso donatest du so viel kohle digga was soll die scheiße man was noch mal 200 er hat zweimal 200 euro donatet also ich werde demnächst meine bar steaks mitnehmen okay hier ins büro und dann jedes mal wenn die donation reinkommt nehme ich den betrag der kommt wenn ich schmeiße wieder mülleimer ich habe letztes mal echtes bargeld aus dem mülleimer vergessen und die putzfrau hat einfach weggeschmissen digga what the fuck alter was geht für ein film alter digga dieser janik wilkes mann okay bei dem typ schauert es komplett rein